Jetzt kann ich mich hier rein cheaten quasi. Cheaten. In Anführungsstrichen. Nein, nein, nein. Wir sind immer noch bei 10 Minuten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja gut. Einzeln sind die Trotz... Wie cool das aussieht. Einzeln sind die Trotz... Kein Problem. Denk ich. Guck mal. Die fett sich easy weg. Einzeln sind die gar kein Problem. Die kann ich ja nicht analysieren. Warum kann ich die nicht analysieren? Jetzt kann ich sie analysieren. Okay. Also ganz ehrlich. Damit es ein bisschen spannender bleibt. Ne? Ba 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 ba. Dadel 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 da. Du du du. Okay. Sollte aber stabil laufen. Also... Ich hoffe, es kommt nicht von mir. Es lackt, ja? Ah, ah, ah. Der Lehrer, das Test wird nicht so schwer. Jetzt geht's wieder. Okay. Perfekt. So, wir kriegen wieder schöne Schlüssel. Also bei mir scheint alles konstant zu sein. Ich habe auch keine ausgelassenen Frames. Aber ich komme jetzt nicht auf die andere Seite, oder wie? War es geplant, dass ich andersrum komme? War nur ganz kurz. Okay. Alles klar. Da ziehe ich mich doch auf die andere Seite, oder? Ah, ne. Okay. Passt. Wir haben da eine Kiste. Woher kommt diese Kiste? Woher kommt die Kiste? Nein, es ist die Tür zugegangen. Shit. Yo. Naja, ich kann gerade nicht mit Bomben spielen. Das wisst ihr. Wollen wir alles später machen. Wenn sich einer erbarmen sagt, wir drehen. Dann kann ich in diese Bereiche gehen. Ne, ne. Ich habe schon geschrieben. Energieverbrauch ist, hat nichts mit Item. Da steht ja da, ähm, Verbrauchs-Item. Energie ist kein Item. Das müsste gehen. So, jetzt kann ich hier hochklettern. Oh Gott. Zack. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm zurück. Nein! Ich spring doch nicht runter, Arling. Oh, das ist schwerer geworden. Das muss ich... Warte mal, muss ich das machen? Gleich, wenn es zurückkommt, oder? Hm. Hm, das ist schlecht. Jetzt bin ich im falschen Rhythmus, ne? Ja. Oh, ich hab nicht schon mal Schaden bekommen. Ach, doof. So, jetzt hier hoch. Oh, oh. Schon wieder im falschen Rhythmus. Hä, ich muss voll den... Ich muss voll den richtigen Rhythmus haben. Shit. Schon wieder falscher Rhythmus. Normalerweise im Original hast du halt so eine Zwischenband. Da kannst du Pause machen. Da kannst du dich aber auch einfach mit dem Enterhaken hochziehen. Deswegen ist das sowieso kein Problem. Aber hier... Alter Falter. So, der kommt jetzt gleich wieder. Shit. Hol die Trommel raus. Wir brauchen Rhythmus. Boah, ist das übel. Ah, come on. Ah. Leute. Das ist ja... Das ist... Boah, ich hoffe, ich muss hier nochmal dann hier in den Raum rein. Gar kein Bock auf den Raum. Okay. Ne. Shit. Ja, Zeit verlangsamt wäre jetzt nice. Stimmt. Jeden Abendessen machen. Lass dir schmecken. Das spielt der falsche Rhythmus. Ne. Das wird nichts. Ähm. Ich kann leider an den beweglichen Wänden kann ich mich nicht mit dem Fangenhaken ranziehen. Das habe ich eben schon probiert. Funktioniert leider nicht. Also das ist quasi wie Schreien. Da prall ich einfach nur ab. Das war knapp. Ah. Kann nicht wahr sein. Scheiße. Ja, war echt knapp. War jetzt nur noch eine Wand, aber die ging halt in die falsche Richtung. Hä? Wie soll man das denn machen? Ist ja super nervig. So, der kommt dann wieder. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ah. Ah. Und jetzt barm gleich runter. Barm gleich wieder runtergeschossen. Oh, da ist Anubis. Hey Anubis. Ciao. Aua. Oh Gott. Na, will vielleicht einer mal drehen? Hat einer Bock? Ach, jetzt haben wir die Dinger. Aber die bringen mir ja nichts ohne. Long Shot. Oder jeder Ecker eine Überraschung. Hallo Lays. Hallihallo. Was geht? Ja, der Jens. Und die Susanne. Aber ihr dürft euch selber entscheiden, wer da jetzt gedreht hat und wer nicht. Ah. Stimme verändern. Ich wusste gar nicht, dass ich das Ding noch drin hab. Okay. Ach, Kühe. Schön. Jens. Dreh mal wieder am Rad. Alles fit bei mir. Und bei dir auch? Euch? Ha. Okay. Ah. Einfach free. Free Scooty. Ne, ne. Wenn ich meine Stimme nicht verändere, dann hat das nichts damit zu tun. Dass wir Strafen bekommen. Okay. Wie? Kann ich mich da einfach hochziehen? Ach ja. Das ist ja easy. Herzteil. Ah. Aber noch ein Herzcontainer wenigstens. Das heißt, vier noch vier. Und wir könnten uns hier ein bisschen Milch holen. Aber eigentlich haben wir genug, ne? Spricht bitte, wie die Frauen in Tears of the Kingdom... Hä? Wie welche Frau in Tears of the Kingdom? Spricht bitte, wie die Frauen in Tears of the Kingdom in der Gerudo-Stadt. Wie hat die gesprochen? Was meinst du? Okay, hier gibt es auch wieder eine Scooty. Aber aktuell ist immer falsch, ne? Wir müssten eigentlich nochmal zurück. Wir müssen dann nochmal hierher, wenn wir... Aua. Den Longshot haben. Ich glaube, du hast keine Milch mehr. Das klingt jetzt doch ein bisschen pervers. Was ist das? Was ist das? So. Kann ich das wegspringen einfach? Okay, interessant. Ach, Leute. Hallo, meine Freunde. Du hast schon viel verfänglichere Sachen gesagt, Zelda-Jugge. Ich weiß ja nicht. Jetzt hängt es bei mir. Hä? Gehe ich nicht. Bei mir sieht eigentlich alles perfekt aus. Vielleicht irgendwie wegen Unwetter oder so. Kann das sein? So, warte mal. Wegen dem... Mit dem Spielschild machen wir da oben jetzt erstmal... Den hier. Oh, ich bin, Alter, weggegangen. Wo sind die Schatzkiste erschienen? Jetzt geht es wieder. Boah, wenn ich Kohle bekommen... Brauche ich nicht. Ich brauche kein Geld. Hi. Das Spiel selbst. Okay. Guck ich auch nicht mit. Ich meine, manchmal lag das Spiel halt, aber... Naja. Klingt wie ein bisschen offener Wäckiger. Hihihi. Warte mal. Hätte ich den jetzt eben drehen müssen, als ich das Ding angemacht habe? Ja, tatsächlich. Ach man. Ah, das muss ja noch schnell sein. Oh Gott. Jetzt hängt's? Nö. Bei mir nicht. Komisch. Warum? Vielleicht liegt's an YouTube. Äh. Hallo? 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 Reicht das? Ja, ne? Ich hoffe, das reicht. Hey, Lady Makoros. Dankeschön. Ah, shit. So. Das müsste jetzt eigentlich... Und die Lady Makoros möchte einmal drehen. Äh. Keine Schultertasten benutzen. Äh. Okay, leuchtet das jetzt? Perfekt. Äh. Oder mein liebes Netzwerkkabel. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Hä? Nein! Das ist ja beschissen jetzt. Check! Das ist ja jetzt doof. Ja, ich glaube... Wir müssen halt sowieso später nochmal wiederkommen. Wir haben ja den Boss-Key nicht, oder? Wir haben ja den Boss-Key nicht. Ah. Das heißt, wir müssen die Wand dann nochmal hochklettern. Oh nein. Okay, aber wir können jetzt die anderen Räume erstmal machen. Weil wir haben ja jetzt erstmal die Strafe nicht mehr. Du darfst die Schultertaste drücken. Ich weiß, dass ich das darf, aber ich möchte nicht. Nee, ich darf nicht, aber ich kann. Ja. Äh, warte mal. Ich mach mal eben den. Den, zeig uns mal dein, äh, Feuer Odem. Wir sind aktuell bei plus 15, Leute. Das ist alles noch im Rahmen. Vielleicht esse ich heute auch ein paar Rahmen. Nee, hab ich leider nicht zu Hause. So. Aua. Theoretisch darfst du alles. Voll. Dass ich alles darf. So. Jetzt mach schon. Nein, nein. Wir sind bei 15. Stimme verändern hat nicht gezählt. Meine Lieben. Stimme verändern hat nicht gezählt. So, wie kommen wir jetzt da lang? Ähm. Aber wie sammle ich denn das ein? Es wird lustig. Hä? Kann ich mich hier irgendwo ranziehen? Kann ich hier, äh, Dingens machen? Warte mal. Normalerweise. Auge der Wahrheit. Das könnte auch sein. Ja. Machen wir gleich mal. Schräger Pfeiler, Kleiderstiefel. Okay. Können wir auch mal probieren. Also, wir machen einmal Kleider, äh, ja, Kleidstiefel. Und einmal das hier. Auge der Wahrheit zeigt leider nix. Aber schräger Pfeiler. Aber selbst das ist... Das hier meinst du? Selbst das sieht mir ziemlich... Ne. Sind jetzt alle wieder da? Gott sei Dank nicht. Heilige Scheiße, das ist besser gewesen. Hä? Kann ich mich hier irgendwo ranziehen? Ja, genau. Nimm ne Bombe in die Hand. Aber der hält sich nicht fest, der Link. Ich bin nur noch einig. 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 Bis zum nächsten Mal.